Was geht YouTube? Herzlich Willkommen zur 12. Episode. Die erste nach dem Win. Wir sind natürlich wieder unterwegs mit Sweezy und dem sogenannten Gun Elite. Du machst jetzt halt alle Kills oder stirbst? Eins von beiden, Digga. Ich muss auch mal wieder mehr ins Kill Game jetzt kommen, Alter. Deswegen ist mit euch halt immer so, ihr macht dann halt die Kills so. Oft und ich krieg dann nichts ab und dann sterb ich nur oder so. Wie gehen wir hier unten hin, oder? Heimspielen. Wenn wir down gehen, dann musst du so der Last Alive sein, um Klatsch gehen. Ist im Falle auf jeden Fall. Komm, wir können uns auch splitten auf Arrogant. So, Medipack. Knacksch. Jetzt immer eine Kiste, ich hab immer eine Kiste am Anfang. Boogie Bombe hab ich, die nehm ich mit. Kasse, diese Bomben, die machen mich so aggressiv. Leimbombe. Sind wir die Einzigen in, äh, dieser Mal? Weiß nicht. Meinst du gerade, ob wir die Einzigen in Tilted Towers sind, oder was? Ja. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Bist du im Tower, Massi? Ja, ja. Hier ist nichts. Warst du L-House, so easy? Ja, hier sind zwei Tränke unten. Oh mein Gott, Ska-Jungs. La, was du nice. Wörst euch. Titel ausrasten wegen Ska. Massi hier unten, äh, ist noch... Hier ist ne grüne AR, falls einer will. Ich nehm die euch mit, mal. Mein Gott. Massi, warte. Das war schon so, danke, Uriam. Ja. Was? Was, 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 was? Und dropp mal die AR. Dann schwee sie unten. Ja, hier nimm die AR. Oh, lau, ich hab mal... Ich dachte, ich hätte dir Dingsy gedroppt. Deiner Schiesies für mich. Ja, ich hab grad Dingsy gedroppt, alles easy. Wollen wir zum Basketballplatz, Jungs, oder zur Garage? Ja, komm. Das sehe ich schon, alles lootet hier. Hier ist noch ne grüne AR, für dich, Marcel. Ja, gib her. Komm her, hier in der Garage drin. Hier, hier, wo ich drin bin, in der Garage. Ja, ich kann's auch von hier rein, ja. Warte, hier ist auch ein Trank drin, ne? Noch ne grüne AR, ja. Ich bräuchte Trank, unbedingt. Ja, hier drin, auch genau da, wo die grüne AR ist. Echt? Ja, komm her. Ey, Gegner, Gegner, Ska. Ab ihm, noch einer rechts, noch einer rechts im Haus, Sweezy. Ja. Dahinten, noch einer, noch einer, Sweezy. Wie kann das nicht mein Kill sein? Ja, warte, ich hab den linken, linke Seite hab ich. Okay, ich hab recht, ich hab recht. Komm, 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 komm. Okay, er ist, er ist, er ist, er ist durchgerutscht. Pushen. Er baut hoch, als ich hoch war. Nein, er fickt mich. Nein. Was, wie hat er dich gefickt? Shotgun, ich hab halt keine. Oder, komm rein, Marcel. Warte, wo ist er? Er springt mit Shotgun rum. Hab ihn, hab ihn. Nice, let's go. Hiel mich, hiel mich, Bruder. Wo bist du? Da ist ne Skar, da ist ne Skar für dich, Marcel. Na warte, das klingt gut. Und das Sprungdingens auch, warte. War das der letzte Jahr, ne? Ja, aber es sind selten andere Leute hier. Dass das andere nicht mein Kill war, ist so frech, Digga. Ich hab ihm so alles gegeben. Ich hab noch vier kleine Tränkel. Gib mir bitte zwei, wenn's geht. Ist Weezy auch tot? Ja, ja. War ich absolut last alive. Ich bin da mit Clutch gegangen, mit dem Squad, und hast dir ne Skar verdient. Ja, ihr könnt mich aber gerne beleben, Digga, bevor ich sterbe. Nee, später. Ja, okay. Ich komm auch später. Erstmal alles looten. Ja. Ja, okay, warte, wo bist du? Ich hab schon, ich hab schon. Ich brauch Shieldies, wenn du mich geben kannst. Ja, hier, hier, ganz viele, ganz viele. Perfekt. Warte, ich brauch. Hast du verwendet, dass du mir sie für den? Wie unter dieser Treppe ist alles, was ihr jemals euch erträumt hat. Warte. Dann loote ich erstmal ein Beuch. Oh, Big Schlürfie. Ich hab auch noch hier ein Dingens. Ich hab auch noch vier dabei. Wartet. Hier, ich dropp alle. Ja, warte, dann nehm ich aber erst die Kleinen. Okay, warte, nehm die beiden erstmal. Nein, musst du nicht noch zwei Shieldies haben, Masti? Ich hab nichts mehr, ne, ich hab noch einen Schluck hier. Ich hab noch zwei, soll ich noch droppen? Ja, wär nice. Okay. Okay, warte mal eben irgendwie. Da oben müsste dann noch jetzt Loot liegen, oder? Hier, wo ich ihn geholzt hab. Sorry. Boah, ich hab so erschrocken. Ich hab diesen Basketballplatz immer noch nicht gelootet. Nein, nicht? Also diese Underground-Kisten. Achso. Boah, Jungs, ich brauch auf jeden Fall, ähm, ne Shot hier, Alter. Aber noch überall Shotguns. Hier ist auch noch eine. Echt? So eine, so eine Repetier-Shotgun halt. Die ist mir zu, lol, Digga. Lol. Nimm ich die hier jetzt kurz. Hat einer von euch genug Verbände? Ich hab ein Sprungbrett auf jeden Fall. Ich hab auch keine Sprungbänder. Ja. Gründer, er, brauch ich nicht mehr. Kleine Freestyle. Okay, dann. Wenn ich es gab, kann ich andere Gründer einfach fallen lassen, oder? Ja, ja, du brauchst nichts mehr, wenn du das gehst. Okay. Die ist noch eine gute Shotgun-Masse. Wo? Ja, warte, ich komme. Ich glaube, dass mir die andere einfach schlecht ist. Oh. Ich hätte Bock, mich jetzt hier weg. Von wo, von wo? Ich hab so ein Boogie-Bomble. Oh Gott, ich hab so gejogged. Ein L-Haus irgendwo. Ja, im L-Haus drinnen, im L-Haus drinnen. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Ja, der Push ist der eine. Der andere ist oben. Der andere ist oben. Der eine ist hier direkt hinter der Mauer, Jungs. Der springt hier auf den Reifen, Bro. Ich sehe ihn. Der ist jetzt hier am Zaun. Ich hab auch so eine Boogie-Bombe geworfen. Er ist hier. Pass auf, Suisi. Hinter dir, Suisi. Was? Oh mein Gott. Hab ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin nicht schon direkt. Warte, lass ihn dumm anmachen. Egal. Ey, hat jemand verwendet? Soll ich ihm warm geben? Tsch, 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 da ist noch einer, Jungs. Der kommt, der kommt zu mir. Der kommt zu mir. Hab ihn, hab ihn. Hab den anderen, hab den anderen. Wo ist der andere? Alle down, oder? Nein. Nein, warte, wo ist der? Ich brauche Munizierung, Alter. Ich weiß auch nicht. Nein, wo schießt er auf mich? Ach, hier oben, hier. Da oben auf dem Haus, oben. Ah, da, ganz. Er traut sich nicht mehr. Ich hab ihn rücken. Das sind zwei, das sind zwei, das sind zwei. Das ist einer mit dem Afro ist das. Ja, ja. Afro ist down. Das ist ein Zufall. Ne, Marcel? Ja, anderes da auch oben noch. Auch ruhig. Hörst du mal schnell hochbauen? Da, warte. Ich muss mich kurz heilen. Sein Kopf guckt immer raus. Warte, sein Kopf. Er kann nichts machen. Ich snipe ihn da, wenn er rausguckt. Ja, okay, perfekt. Also geht ihr hoch und fickt ihn einfach von unten. Mach ich. Geht so hoch. Einer, einen, den anderen hab ich schon. Ja, okay. Der belebt ihn aber safe grad wieder. Safe. Ja, das wollte ich gerade eben verhindern. Ja, geh hoch, geh hoch. Ah, der ist hier, Masti, Masti, Masti. Äh, ist runtergefallen. Warte, hinter euch. Hab ihn, diese Kill, komm. Richte hin. Ja, Digga, let's go. Da war nicht direkt gut. Masti, hinter dir. Hab ihn. Let's go. Let's go, Jungs. Leider, die snipe. Oh, die blaue Shotgun, die will ich. Hier ist noch eine blaue Shotgun. Perfekt, die will ich haben, Digga. Wähnt euch. Mein Scar ist so leer, Jungs. Ich brauch Munition, Jungs. Kann dir... Nein. Ach, Mann, Alter, wieso passiert mir das immer, Mann? Runtergefallen. Oh mein Gott, ich hab 134 Schuss, Digga. Hast du mir die ganze... Geht nicht mal, bitte. Das ist ein Massi. Ich hab die Videodateien nochmal angeguckt, wo du hochbaust, runterfällst und ich fast hinterher springe. Ja, ich bin hinterhergefallen. Geht zu ihm? Ja, ja, er ist schon fertig. Du hast absolut jeden gekillt. Wie viel Kills hast du? Vier. Heiß. Ich hab auch zwei. Let's go, Mann. Wir haben wieder die ganze Stadt auseinander, genau. Ja, Digga, das macht ja Spaß. Hat einer vielleicht Sniper-Bullets, die ihr mir geben könnt? Ich hab eine Bullet. Warte mal, ich hab halt einen Sniper, den ich halt nicht brauche. Ich hab Sniper-Bullets. Hey, die Sniper braucht nicht, ich brauche nur die Bullets. Oh Gott, nein. Hier liegen Bullets. Ja, nice. Warte, ich dropp dir noch. Hier. Oh, ich hab so viele Schüsse. Shieldies haben wir nicht, oder? Nee, das ist das Problem. Ich glaub, die keine Shieldies gedroppt haben. Denn eine in diesem Zimmer haben wir ja gar nicht gelootet, warte mal. Haben wir jetzt eigentlich alles gelootet, also denkst du, alles ist durch hier? Stimmt ja ganz oben. Stimmt noch irgendwas zu sein, aber. Da ganz oben haben wir gar nicht abgecheckt. Aber ich glaub, der ist runtergekommen, also runtergefallen. Ich glaub, einer ist oben ausgeblutet. Boah, ich rass da aus. Über eine Ex, ne, schau. Inventarpflege mach ich grad zum ersten Mal, dass ich die richtige Reihenfolge hab. Warte, so schnell, sonst werd ich recht. Ich fliege das auch, wenn das alles so weird ist. Ja. Boah, jetzt weg. Nee, hier oben ist nichts mehr, ne? Ja, hier ist echt nichts mehr. Lass doch bitte diese Runde jetzt einen Win holen. Oh mein Gott, geh mich runter, Marcel. Warte, warte. Scheiße, Mann. Warte. Schieß mal nach unten, genau wo ich bin, schieß nach unten den Boden weg. Genau so, genau so. Genau unter dir? Ja, genau da, ich hab's richtig gemacht. Marcel macht's grad kaputt. Ja, ist kaputt. Alter. Mann, es gibt nichts, was mehr abfallt, ne? Ja, Digga. Du hast jetzt einen Tod wegen runterfallen, Digga, und einmal wegen ner Falle. Okay, wir sind perfekt eigentlich. Hier werden noch so viele versuchen. Haben wir nicht noch einen Jump Pad sogar? Ja, haben wir. Ja. Wir können von hier oben absolut, wir können auch von dem Turm hier oben einfach direkt. Lass mal, wollen wir mich mal hier hochlaufen, oder? Habt ihr, wie viel Material habt ihr denn? Ich hab nicht so viel. Ich hab, ich hab 200. 120 und 200 Stein. Ja, gehen wir jetzt mit dem Jump Pad von oben, oder? Lass absolut in die Mitte Zone fliegen, Digga. Ja, okay, warte. Hey, was? What the fuck, was war's grad für'n Bug? Okay, guck mal, ich fang hier und jetzt bauen wir in diese Richtung hier. Oder? Warte, lass in diese Richtung da bauen, Marcel. Ja, genau, mein ich ja so. Nein, ich bin so zugebaut. Hey, lol. Ich geh jetzt doch diese Dinger durch. Bei mir auch, Digga. Nein. Oh, ich dachte, ich fahr runter. Ich hab echt nicht viel, ne? Ihr müsst bauen. Ja. Ja, warte. Was abwechselnd, Sweezy. Digga, das wird so'n Adrenalinkick jetzt. Wir werden jetzt abgeschossen werden. So konzentrier dich auf den Bauen, ne? Ja, chill. Ich hab noch übelst viel Material. Ich nicht mehr, Digga. Jetzt mach du mal weiter. Warte, ich hab da oben was hingewaucht. Ich mach nicht schneller als so, Digga. Boah, die Jungs, das ist so hoch. Ey, wir werden hier abgeschossen werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Jungs. Oh mein Gott, meine Hände werden so nass, ich schwör. Okay, warte. Oh, ich bin fast runtergefallen. Reicht, digga, reicht. Okay, warte, warte, warte. Ja, warte, ich mach das. Okay. Leute, guck wie hoch wir sind. Nein, ich wusste die Plattform, warte, warte. Digga. Ja, warte, chill. Nein. Nein, nein, nein. Bauen wir doch die Plattform. Nein, Mann. Nein. Ey, wir... Ja, wieso ist die Plattform nicht gespawnt? Ich hab die zehnmal gebaut. Ich auch, ich auch. Die kam nicht, Digga. Dieser scheiß SLS-Lux, ne? Digga, du wirst niemals ein SLS fahren, Mann. Noooon. Ach komm, Alter. Das war so ne... Wir hatten zwei Scars, Mann. Als ob? Ja. Ey, Mann. Wir hätten das echt wiederholen können, eigentlich, Mann. Wir sind so goos. Ja, Jungs, ganz ehrlich, ihr wisst, wir gehen Tilted, weil wir sonst ins Aufnahme-Limit kommen. Das heißt, wir ziehen das direkt in den Krieg. Ja, stimmt. Aber wir fliegen direkt über Tilted. Guckt euch das an. Alle werden rausspringen. 20. 20. Alle. 19. 18. 17. Let's go. 16. Go. Oh, Digga, das wird so heftig. Weißt du dir, wenn ihr über Wasser fliegt, dann öffnet sich euer Fallschirm später. Das heißt, ihr könnt tiefer fliegen. Noo, das wusste ich gar nicht. Also, ich will mich nicht undrehen, wie viele Leute hier gerade runtergehen, ne? Boah, ich bin so absolut der Erste hier unten, Digga. Boah, hier sind so viele L-Häuser, oder? Oh mein Gott, ich glaub... Ja, ich geh... Oh mein Gott! So viele... Ach, du Scheiße, Digga. Ja, L-Häuser. Suisi und ich, wir landen immer exakt gleich. Oh Gott, hier ist auch einer, Suisi. Ne, mach's hier hinter dir. Ja, ja, das ist ein grüner Eier. Ich hau ab. Das ist ein grüner Eier. Ich hab einen Revolver jetzt wenigstens... Ja, ich hab eine Pistole. Ein Gegner? Ne. Hier ist ein Gegner, auf jeden Fall, Bounce. Ja, hier. Er hat Shotgun, Digga. Er gibt mir one bullet, Digga. Was soll ich machen? Ja, ich bin tot. Aber ich hab dir diesen einen Schuss gegeben, Digga, Masi. Einen Schuss, was bin gegeben. Ja, er hat mir one bullet Shotgun gegeben. Ich hab nur eine Pistole, Digga. Was soll ich machen? Wir raus, oder was? Warte, warte, komm. Ne, ich schau zu. Wir machen voll Risiko. Schau zu. Hier, hier, im Tower, im Tower. Ich geh jetzt einfach in den Tower rein, Digga. Obwohl da so viele Leute sind, Digga. Jetzt holt ihr so den Sieg zu zweit, Digga. Doch, voll Risiko. Er 15 kills. Ich 15. Brauch nicht. Einen hab ich. Ich bin so weak, ne? Ich hab 17 Leben. Nimm seine Freunde. Dann find ich ihn einfach, Digga. Ist ne grüner AR oben, wenn du willst. Ich hab gegen ne blaue Shotgun einfach gewonnen, ne? Ja. Warte mal, ich brauch lieber Leben. Hier ist ne Verbänder oben, alles, was du willst. Grüne AR dropp ich dir auch. Oh, Mann. Ich kam echt hinter dem von Suisi, hab dem eine Kugel mit dem Revolver gegeben. Ja, ich hatte gar... Das war so knapp. Richtig MW2-Style. Tusch, okay, warte. Baust du gerade was? Ja, ja, das bin ich. Also ich baue ab. Ah, Suisi, jetzt mach ich, was ich jetzt mach. Wo ist diese grüne AR? Ach so, warte, mach sie. Oh, Gott, ich schau. Ja. Machst du. Ach, als du was krank ist. In diesem großen Haus sind noch welche, Marcel. In welchen denn? Ich bin hier. Ja, ich bin dann kurzer AFK, so zwei Minuten. Ich mach das so lang. Okay, Marcel, ich bin... Also in dem ganz großen Haus? Meine, ja. Ich lauf so reckless. Also das 210, ne? Ich höre aber gerade da irgendwie keinen. Ich glaube, da weiter hinten beim Big Ben. Deswegen, ich muss ziel... Warte, ich komme zu dir. Biste. Oh, bei mir ist einer, der hat mich nicht gesehen, da läuft er mich vorbei. Er läuft jetzt. Weiße. Gerade doch, komm zu dir, Marcel. Er ist in diesem Metallzaun drin. In diesem Metallzäunen. Okay, warte. Hier ist erstmal ne Falle, die platziere ich jetzt erstmal. Ich hab zwei so gerapet, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist klar. Hier, ich hab irgendwo ne Kiste gehört, aber wo? Ah, hier, ah. Medikids, Munition. Hier ist ein blauer Shotgun. Ich hab eine, ich hab eine. Ich hab meine aber Hauptsache nicht, Digga. Aber ich hab sie gerade eingetauscht, deswegen. Aber ich bin so ein weirdo. Ist auch noch ne Kiste irgendwo. Ich werde beschossen. Wo, weißt du das? Ne, keine Ahnung. Oh mein Gott, so den Shot meines Lebens kassiert. Von oben, von dem Haus. Ah, hier oben ist bei mir einer reingebaut, warte mal. Ich glaub's war ich. Ich installier jetzt das erste Mal in meinem Leben hier ne Falle. Ich hab auch schon einen installiert. Gehen sie hier so im Zimmer, Digga, wenn du die Tür aufmachst, ist so vorbei mit deinem Leben. Habe ich jetzt noch ne Kiste auf dem Bett? Ja, ich hör sie. Hast du's? Ja, aber ist wirklich ein nothings. Verbänder kann man stacken. Ne. Guck mal hier. Also einer von diesem Building hat absolut noch für uns geschossen. Ich baue mich hier jetzt hoch. Von wo sind die Schüsse? So close, Digga. Da oben auf dem Dach sind zwei. Hab einen. Beide absolut, nice. Eigentlich müsste man die jetzt pushen, ne? Mach's, Marcel. Guck, was dich macht, Digga. Mein Gott. Ich kann aber nicht mitkommen, leider gerade. Hinter mir sind Schritte hinter uns. Nein, erholt mich, Marcel. Nein! Er ist so weak. Warte mal. Oh mein Gott, das ist ein komplettes Squad. Ja, okay, die streiten sich jetzt. Er ist in die Falle gelaufen, einer. Nein, oder? Er ist über dir, Marcel. Ich weiß, ich weiß. Nein! Schade. Ich wusste, dass er da, ich bin ihm hinterhergelaufen, aber wo habe ich meinen zweiten Kill? Achso, das war dann der andere. Ich dachte, in die Falle. Digga, der ist über deine Falle gelaufen. Der eine ist über deine Falle gelaufen. Nein, aber der ist in deine Falle gelaufen, nicht in meine. Ne, ne, der ist, glaube ich, der, den ich vorher niedergestreckt habe, der ist einfach gestorben. Tschüss. Okay. Na gut, Leute. Dann lasst auf jeden Fall ein Like da für diese Episode. Würde mich drüber freuen. Ich bin 30 Minuten gerade genau aufgenommen. Wir sehen uns dann morgen in der Folge wieder. Vielleicht wieder ein bisschen mehr Erfolg. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.